Hallihallo, ich freue mich. Wir haben heute eine richtig geile Lieferung bekommen. Es sind die ersten zwei D&B Audio Technik D40 Endstufen heute angeliefert worden. Wir haben einige bestellt letzten Spätsommer schon. Allgemeine Lage ist, dass es im Moment ja gerade überall erhebliche Lieferschwierigkeiten gibt. Von dem her freuen wir uns riesig, dass unser Großhändler es geschafft hat, dass wir die ersten zwei schon mal da haben. Und wenn man da mal genauer hinschaut, gehen wir gerade mal kurz drum herum. Die Jessie, die hat ein wahnsinns Grinsen im Gesicht. Jessie, wie ist der erste Eindruck? Sieht super aus. Größeres Display als bisher. Gefällt mir prima. Ja, angehört habe ich sie mir jetzt noch nicht. Das Einzige, ich weiß so langsam nicht mehr, was ich auf den ganzen Festivals als Systemtechniker jetzt lieber lange Tag machen soll. Die ganze Spiele sind weg. Oh je, die ganze Spiele. Super. Also D&B, ganz große Rüge von unserer Technikerin. Die Spiele sind weg. Da müssten wir vielleicht doch, Jessie, was haben wir von einer Alternative dann? Müssen wir uns was überlegen? Auf jeden Fall euch einen schönen Tag. Unglaublich. Alles Gute. Tschüss.